Boah, Wahnsinn, bin ich dumm. Oh mein Gott, bin ich bescheuert. Oh, es tut mir grad richtig weh. Irgendwo in mir. Oh Gott. Ja, Lava, macht uns nix mehr. Ihr macht alles, gar nix macht uns hier mehr. Irgendwas. Ha! Also, jetzt ist so ungefähr die Stelle im Spiel erreicht, wo wir nahezu unsiegbar... Ja, wir sind unsiegbar. Und auch unsingbar, wenn... Weil, wer kann Samus Aran schon singen? Lasst es uns probieren. Samus Aran. Samus Aran. Samus, 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 Samus. Aran, 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 Aran. Ah, Autsch, Aran, Autsch, Aran, Autsch, Aran. Aran, Samus, Samus. Egal, ich lass es... Gott, ich hab euch jetzt genervt. Oh mein Gott. Und mal wieder bewiesen, wie unnormal ich bin. Und eventuell den ein oder anderen eine Freude damit gemacht, weil er weiß, wie normal er ist und wie viel besser er doch spielen kann. Au. Och, leh, Kinder. Danke. Und? Ridley! Warum kündigt sich Ridley auch noch so an? Medellin, nach links. Ein Speicherraum. Oh mein Gott. Kommen wir jetzt direkt zu Ridley? Ach du Scheiße. Okay. Ähm, ich hab mir... ...überlegt. Wenn ich Ridley nicht schaffen sollte, greife ich auch einen Trick zurück. Ja, das tue ich. Und zwar auf denselben Trick, auf den ich eigentlich erst bei... Mother Brain! Zurück. Wow. Wow. Spooky Musik. Und eine Ruine. Und keine Karte. Und... Doore. Ii. Okay. Jetzt tut es uns einmal doch wieder weh. Au. Au. Och. Au. Ich kann euch jetzt töten. Klar. Ah. Die Musik ist obergenial. Ich hab doch... ...das hier. Warum benutze ich es nicht, wenn ich das hier habe? Und das hier heißt Space Jump. Fang. Fang, guck mal. Space, Space, Jump, Jump. Äh. Na, also blind bin ich nicht. Ha, was sag ich? Ball. Ja. Und er macht... Klonk. Oh nein Gott, es ist Chuck Norris. Er wird uns zerdrücken. Er wird die Erde zum Beben bringen. Chuck Norris... Ja. Trinkt die Säure aus. Oh mein Gott. Danke Chuck Norris. Lieb von dir. Das ist echt ein feiner Geselle, der Chucky. Ähm. Oh, die Musik ist ja so unglaublich. Die ist ja wohl... Wahnsinn. Oh, die fliegenden Metall-Scheiß-Augen sind zurück. Ich habe euch irgendwann mal Metall-Wichser genannt. Oder einfach nur. Hallo Wichser. Oder Mr. Arsch. Genau, Mr. Arsch. Ne, Mr. Arsch war der... Hm. Hä? Moment. Wo ist der Boss? Okay, der Boss ist noch ein bisschen weit weg. Klick. Ähm. Wir probieren erstmal an die Raketen ranzukommen, die wir total brauchen. Bluh, 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 bluh. Nämlich null. Ich brauche keine Raketen. Ich brauche... Was brauche ich überhaupt... Und... Hä? Hä? Oh, 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 mein Gott. Oh, mein Gott. Das wusste ich nicht mehr. Oh, mein Gott. Er springt ziemlich hoch und... Ziemlich blöde. Okay, aber... Irgendwie... Machbar. Er hat uns nicht getroffen. Er ist doof. Äh. Scheiße. Ich bin doof. Ja. 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 Er hat die Farbe verändert. Bedeutet das was? Ja, es bedeutet, dass er jetzt eine... Kranke Saiyajin-Ultra-Attacke einsetzt. Ziemlich krank. Ziemlich ultra. Ziemlich gegen mich gerichtet. Ich glaube, er hat... Leichte Abneigungen gegen mich. Lass ihn uns doch mal fragen. Hör mal, du. Sag mal. Magst du mich eigentlich nicht? Oder was ist los mit dir? Er ist tot. Ja, er ist tot. Du hattest null Chancen. Mein Gott. Weil wir haben unseren Ultra-Power-Laser-Beam-Überstrahl-Hyper-Alles-Durchgehende-Super- und-Power-Man-Megaman-Vernichtende. Was soll das da oben? Da möchte ich hin. Verdammt. Probieren wir es mal so. Ich habe sowas von das gute Näschen für Power-Ups, die ich nicht gebrauchen kann. Aber ich sammle sie ein. Schön. Schön, schön, schön. Total unnütz. 40 Stück. Ich könnte die so gut gebrauchen in jedem Kampf, aber nein. Und wir kriegen die Screw-Attack. Yes, 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 yes. Boom, boom, boom. Zack, 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 boom. Verdammt, geil. Ich habe alles. Habe ich wirklich alles? Habe ich wirklich alles? Ja, ja, jetzt ist es gut. Ich weiß nicht, ich habe die Screw-Attack. Und? Haben wir wirklich alles? R. R. Ich drücke R. Ja, wir haben alles. Huhu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu. Uns fehlen zwar noch der Reserve-Tank, zwei Stück, aber das war es. Und vier der Energie-Tanks. Boah! Leute! 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 Oh mein Gott! Oh, ihr seht es, ihr, ihr... Oh, ihr kriegt genauso einen Höhen-Koller wie ich, oder? Oh, oh, oh! Mega, mega, mega. Egal, jetzt ist das Spiel so weit, dass ich sagen kann, wir sind nahezu quasi über Inbar, Inbar. Inbar? Inbar. Keine Ahnung, kennt keiner das Wort. Nicht nur einmal ich. Ihr lernt das auch nicht. Hier sieht irgendwas sehr eigenartig aus, deswegen, und hier gibt es komischerweise solche Powerbomben. Also benutzen wir Powerbomben. Und es geht nach oben. Wie erwartet. Was, wie bitte, was, wie bitte, was? Ah, ich kann euch doch killen. Sehr gut. Oh, 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 oh. Nicht gut, 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 nicht gut. Doch gut. Ähm, gehen wir erstmal nach links. Jupp, gehen wir erstmal nach links, weil da kommen wir ja so quasi her so. Oh, schön. Äh, 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 dover Raum. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. So ein Scheiß. Ähm, ja, wenn aber jetzt der untere Weg der bessere war. Äh, Funkroyal weiß das mal wieder nicht. Aber wir gehen erstmal den oberen Weg und dann den unteren. Wenn wir bei dem oberen, und... Was? Beide besiegt? Nein, nur einen. Gut, und durch die Tür. Durch. Mit aufgeladenem Powerbeam. Und ja, und alles. Oh, ouch. Die, äh, sind dann doch, äh, tot. Ja, 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 und, 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 ouch. Okay. Das hat komischerweise gerade geleckt bei mir ein wenig. Äh, ich hoffe, Fraps nimmt alles noch normal auf. Wenn ihr das jetzt hört und ich bin schon bei Ridley, dann... Hab ich Pech. Ähm, 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 ähm. So. Achso, haha Achso, nee, doch nicht, haha Hä? Was soll denn das? Was soll denn das? Was ist denn das für ein Scheiß? Gut Kommando zurück Ich Gut, ich habe vielleicht ein Händchen dafür Verstecke zu finden von unnützen Sachen Die ich nicht brauche Aber ich habe auch ein sehr gutes Händchen dafür Genau durch die So, badam, verdammt Genau durch die Wie schnell springen die rüber? Genau durch die Sachen zu gehen Und Final Schuss Final Schuss Final Shot Final Fantasy Und zwei Und jetzt gehen wir nach rechts Alles perfekt, alles gut